Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florak. Der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philip sieht das anders. Verflucht, Mann. Wer ist mir nicht schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Man hat uns verrasen. Zieht die Schwerter. Verteiligt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. So. Und damit halt willkommen zu SSC Unity. Ich glaube, das Spiel laggt ein bisschen. Also kommt es mir vor. Es sollte nicht so sein. Da habe ich ewig davor gedrückt, das zu spielen. Nach der doch dramatischen Erfahrung von hier. Syndicate. Aber jetzt bin ich hier und jetzt sehe ich, dass es scheinbar laggt. Deswegen, ich gebe es hier so ein... Was, was, was von... Ne, okay. Mal gucken, ob es in-game laggt oder die Cutscenes. Ich hoffe nicht. Manchmal machen wir die Dialoge einen kleinen Ticken lauter. Ich sehe, das ist super, wie ich das jetzt alles einstelle. Ich bin so ein guter Typ. Äh, Sprachausgabe. Zack. Okay, doch. Es liegt noch etwas. Äh, ich glaube, dass wir sind heute... Äh, äh, äh. Echt? So. Ich glaube, äh, heute sind wir... Oder haben, äh, wird großes... Wird große Mordlust. Ich glaube, heute wird... Heute sind wir... Oder haben wir große Mordlust. KaffeePro. Kann dir nicht ganz folgen, wenn ich ehrlich bin. Ich muss dann ganz kurz hier die Grafik doch einen kleinen Ticken aus erstellen. Noch unangenehbar. So mache ich alles in der Aufnahme, weil ich mir total egal ist an der Stelle. Aber ich muss die Sekunde... Danke dir, Bot. Oh Gott, nein, es leckt immer noch, glaube ich, Sekunde. Das muss ich ganz kurz hinkriegen. Dann muss ich noch einen Ticken runterstellen. Ja, im Livestream und nebenbei mit der Aufnahme ist ein bisschen... Ist ein bisschen kompliziert. Und das Gefühl ist super leise. Und gefühlt ist auch gar keine Musik da. Sekunde, ganz kurz. Darum kümmern wir mich gleich. Ähm. Dann müsstest du jetzt gehen, hoffe ich. Okay, so wie sprintig. RT. Hier. Ah, falsch. Mann, ich bin so kaufst. Ich kenne mich übrigens mit der Lore von den Games gar nicht aus. Ich weiß nur, es gibt Templer und Assassinen. Und vom Rest bin ich schon überfragt. Okay, ich kämpfe gerade. Ich drücke auf X. Ich glaube, das funktioniert so wie in Lego Games. Naja. Ich sprinte, okay. Ihr lasst mich in Ruhe. Yalla Abfahrt. Also, ich glaube, hier ist... Ähm, naja, ich sollte eigentlich jetzt tot sein. Äh, falls über den Sounds nicht okay ist, äh, was ich vermute, dann schreibt das bitte rein, äh... Dann ändert es ganz rasch. Also, ob ich hier irgendwie, äh, Musik alles an oder irgendwas lauter stellen soll. Ich kill euch an. Das sollte ich wahrscheinlich nicht. Muss ich wahrscheinlich nicht. Aber ich, weil ich der Yalla Abfahrtyp bin, mach ich das einfach. Nein, ich will spritten. Ich sprinte so. Okay. Okay. Ich werde klettern. Ich werde klettern. Naja. Assassin's Creed halt. Also, äh, hier. Für, äh, hier im Livestream. Das ist, das ist ein Uncut-Game, ne? Also, abends kommen die guten Streams. Und hier, mittags und so, komm halt jetzt, tschüss, den Anker-Kanal. Also, mit, mit solchen Spielen. Ne? Wirst du da. Wirst du da Bescheid. Ey, komm, ich, ich bin zu dumm, reinzukommen. Kann ich jetzt kaputt machen? Yalla. Ich kann mir ein Schwert, ich kann mir ein Schwert nicht ziehen. Naja. Unangenehm. Oh, ich muss wieder schnauben. Das ist ein Traumsekunde. Ey, Nase hochziehen, meine ich. Gut. Ja, ich, ähm, hallo? Hallo? Kann ich. Hallo? Ähm. Ich komm nicht durch die Tür. Okay, dann muss, dann, dann geht's doch, glaub ich, gar nicht durch die Tür. Bis hier lang? Aber, wahrscheinlich, ne? Hast du mir doch runtergefallen. Ist doch keiner. Lost. Ne, aber halt, äh, dass du es wirst, jetzt kommen die, äh, eher so, Games, die, ähm, nicht so für alle gedacht sind, sondern halt nur für den Ankerkanal, das ist halt nicht das arg unterhaltsame, ist da, ist da? Ich bin zu dumm. Ich raff nicht, ich raff nicht, was ich tun soll. Und abends kommen dann die, die man gucken kann. Aaaaaaah, tief. Feierlich. RT und A. Oh, mir, der fress, der Typ heftig. Wie er klettern kann. Uh, da ist ein Templer. Oder? Ich verstehe gar nicht, bin ich ein Templer? Ich sollte mir die Lorme erklären lassen. Gehe ich jetzt hier hoch? Oder? Ne, okay, okay. Wenn du da runterfällst, dann bist du dem Mädchen tot. Herz und Takt. Hallo? Äh, wie, 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 wie kletter ich weiter? Ich bin wieder, ich bin wieder zu dumm fürs Spiel. Also, easy. Okay, Rauch. Halte ihn, yalla. Hier schläft er. Und er wieder aktiv. Bin ich witzig. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, was ich hier tun muss. Also, scheinbar bin ich ein Templer. Und die Templer sind irgendwie die Bösen. Das ist ein Assassiner. Den muss ich killen, den Boom. Neues Ziel Assassinen töten. Ich glaube, ich bin mir sicher, ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu leise. Machen wir jetzt hier auch mitten, super episch. Ich weiß, glaube ich, machen wir die Musik ein Ticken lauter. Dich mach ich lang, du Fettsack. Yalla. Bin zu schlecht dafür. Bitte warte mal. Halte. Halte ein. Halte ein. Dann werde ich dich aktiv töten. Ja, cool. Das ist das Sinnzeug. Das ist das Sinn finden. Ich finde den Boom. B, um zu korrieren. Äh, warte. Zieh doch deine Waffe. Wenn ich den lang mache. Ich bin irgendwie, ich bin, glaube ich, richtig schlecht im Kampf. Hallo? Was, 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 was war das jetzt? Wo ist der hin? Ehrenlos. Hi, Paul. Hi. Ich spiele Assassin's Creed und verstehe nicht, was ich tun soll. Aber ich lache über viele tote Menschen. Aktiv. Ich werde dich aktiv umbringen. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt verstehe es. Nicht nur. Ich glaube, ich habe das Kampfsystem gereiht. Ne, okay, doch nicht. Ich bin tot. Ich bin so scheiße. Ich bin so doof. Ich zerstört, mach ich wieder das Internet. Ich zerstöre das Internet. Ich zerstöre das Internet. Ah, die. Ich bin echt schließlich einfach zu schlecht wie diesen Kampf. Okay, also, wenn, wenn. Hallo? Gönn doch. Ich mache ich lang. Ich mache, ich mache, ich mache lang. Der wird nicht entkommen. Der Minecraft Kommunist. Und wieder aktiv gespammt. Nein, da muss ich B drin. Ich drücke doch A. Okay, A klappt nicht. Ich drücke doch auch B. Jungs, ich glaube, ich bin zu scheiße für das Spiel. Real Talk. Ich bin einfach zu schlecht. Ich bin einfach zu schlecht in dieses Game. Was wird Schwierigkeiten? Ich save mich aber einfach. Bin ich aber dann noch so auf Einfachsekunde. Ich gucke mal ganz kurz nach. Wie man das irgendwo auf welchen Spielstand mehr ist? Optionen. Dörren, Grafik, Credits. Ne. Steaksteil, Krankenschritt. Was hast du denn? Wir brauchen, wir brauchen so ein Hashtag Aktivkommand. Da schreibt der und aktiv, aktiv. Das kann ich einrichten. Das lässt sich einrichten. Guck, wie gut ich mich gerade fühle. Aktiv. Ich bin zu schlecht dafür. Ich bin wirklich zu schlecht. Aber das ist jetzt mit dem Bot kann ich machen. Das wird kein Problem. Das darf ja nicht gespamt werden. Wer der macht, dass er nur eine 50 Sekunden gemacht werden kann. Das ist eine lustige Idee. Du Kommunisten-Assassine. Was dürfen sch겁, dass D